Ich bin mal weg. Oh shit. Liebe Leute, da sind wir wieder bei einer neuen Folge Super Mario Maker 2, 1 Level per day. Escape from Bowser von R.P. Gary. You have to escape from Bowser, but sometimes you need him to escape. Okay, eine Abschlussrate von 6,04%. 28 Erfolge. 123 Leute haben es probiert. Boah, viele haben es nicht probiert, aber... Oder viele haben es nicht geschafft, aber ich bin mal optimistisch, wir schaffen das schon. Aber bei dem Prozenten... Ah, ich weiß nicht. Nehmen wir einen Timer, nehmen wir einen Timer. Komm, wir hauen den Timer rein. Ich hab gesagt, wir hauen den Timer rein. Wo ist er, da ist er. Mann, ich ne Fresse. Ja, war klar. Ah, leck mich doch. So, weg damit. Nach Bowser. Du bist sweet. Sweet. Oh, he's sweet body psycho. Ähm. Das hätte jetzt auch böse enden können, wenn ich zu schnell gewesen wäre. Das kann hier genauso, genauso, genauso böse enden. Aber nein, 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 nein. Ja, ja, Bowser ist klar. Moa. Ja, tschüss. Es gibt sogar ein Checkpoint. Kann ich den Bowser da oben sehen? Ja, kann ich. Ich bin weg. Der Bowser ist böse. Ähm. Oh, moin. Ja, danke, Kamek. Ich bin mal weg. Ja. Ich bin mal weg. Oh, shit. Ich hoffe, ich habe Pause jetzt nicht die spawnen. Nein, gut. Komm. Ähm, ja, das ist nicht gerade sehr schlau von mir gewesen. Okay, Bowser, komm. Äh, hä, hä. Bowser, schieß mal da oben hin. Äh, hä, hä. Ähm. Okay. Gut. Ich weiß jetzt nicht, wie ich das jetzt am besten machen soll. Aber. Ich hätte gerne das Item nochmal wieder. Nein. Herr Bowser, kannst du nochmal hier rüberspringen? Oh, verdammt. Ähm, Bowser. Nein. Nein, nein. Genau. Boah. Dammit. Dammit. Der war fies. Ne, Bowser, komm. Boah. Oh, ne. Oh, das war Glück im Unglück. Hallo, Kamek. Ja, wär nice. Wär very nice, wenn du da irgendwie mal was in der Richtung... Ach, Leute. Boah. Steht da mal in Deckung. Bowser. Bowser. Oh, da bist er ja. Komm. Jetzt lenkt mal ein bisschen. Oh, 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 oh. Oh, danke. Ah, der könnte... Der könnte sitzen. Der könnte... Hm, nein, der sitzt nicht, aber der könnte sitzen. Oh. Ja, komm, mach mir auf. Oh, 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 oh. Boah. I'm alive. I'm alive. Äh, Kamek, you're not, äh, my... Meaning of, äh, what I love. The... Ne, ne? Ne, ist jetzt nicht euer... Fucking ernst. Es ist der Ernst. Bowser, komm. Buzzy, Buzzy, komm. Buzzy, Buzzy. Was? Was macht der denn da unten? Pff. Wie ist der denn jetzt da hochgekommen? Kann mir das mal jemand sagen? Okay. Und tschüss. Fuck. Juhu. Gut. Also, Level selber. Von der Idee her nicht schlecht, aber... Zu viel. Zu viel. Ein bisschen zu viel. War wie gesagt nicht schlecht, aber es war ein bisschen too much. Also, ähm... Sehr stark Bowser-abhängig. Vielleicht ein paar Alternativwege oder so einbauen. Dass man sagt, okay, gut, als Kleiner kommst du schnell durch. Ja, musst aber zum Schluss dann beispielsweise noch Bowser bekämpfen oder so. Und wenn du ein großer bist, dann musst du halt natürlich mit Bowser arbeiten. Wäre so eine Alternative gewesen. Klar, man kann als Kleiner oder Großer Mario auch in diese kleinen Lücken reinhüpfen. Aber das sind so... Das sind halt so diese kleinen Feinheiten. Trotzdem hat mir das Level Spaß gemacht. Und, ähm... Doch, doch, finde ich, war in Ordnung. Ich bedanke mich ganz herzlich. Bis zum nächsten Mal. Und ich bin euer Thor 3. Tschö, tschö.